Städter Dicht wie die Löcher eines Siebes stehen, Fenster beieinander. Drängend fassen Häuser sich so dicht an, daß die Straßen grau geschwollen wie Gewürkte sehen. Ineinander dicht hineingehakt sitzen in den Trams die zwei Fassadenleute, ihre nahen Blicke baden ineinander, ohne Scheu befragt. Unsere Wände sind so dünn wie Haut, daß ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. Unser Flüstern, Denken wird gegröle und wie still in dickverschlossener Höhle, ganz unangerührt und ungeschaut, steht ein jeder fern und fühlt alleine. Das Gedicht erscheint zunächst wie das ganz stereotype Getöse an sprachlichen Bildern, Metaphern, Personifikationen, poetischen Vergleichen, das man aus so vielen anderen expressionistischen Gedichten kennt. Dicht wie die Löcher eines Siebes stehen, Fenster beieinander. Ein Vergleich der Fenster mit den Löchern eines Siebes deutet nicht nur die hohe Zahl an Fenstern an, sondern auch, daß ein Haus keinen Schutzraum gibt. Drängend fassen Häuser sich so dicht an, daß die Straßen grau geschwollen wie Gewürkte sehen. Die Häuser, zu sich an den Händen nehmenden Menschen personifiziert, bilden aus Sicht des Betrachters so etwas wie eine bedrohliche Front. Wenn die Straße von dieser Front gewürgt erscheint, soll es vor allem ausdrücken, wie sich der Mensch in der Straße so eingeengt fühlt. Ineinanderdicht hineingehakt, sitzen in den Trams die zwei Fassadenleute. In der Straßenbahn sitzt man sich in Reih und Glied gegenüber. Jede Seite wird zu einer Fassade, auch weil man undurchdringlich füreinander bleibt. Ihre nahen Blicke baden ineinander, ohne Scheu befragt. Hier entwickelt die Aneinanderreihung von Metaphern doch seinen Reiz durch den Gegensatz, daß einerseits die Menschen als Fassade füreinander undurchdringlich sind, sich andererseits aber hemmungslos anstarren. Die Aufteilung in Sinneinheiten zeigt im Übrigen deutlich, wie beide Quartette dieses Sonnets, im Gegensatz zu seinen Terzetten, von Zeilensprüngen, von Enjambements geprägt sind. Unsere Wände sind so dünn wie Haut, daß ein jeder teilnimmt, wenn ich weine. Der Vergleich der Wände mit menschlicher Haut drückt nicht nur aus, daß sie besonders dünn und hellhörig sind. Gleichzeitig wird damit angedeutet, wie ungeschützt man in diesen Häusern ist. Wenn alles so leicht durch die Wände dringt, geht es uns auch mit Leichtigkeit unter die Haut. Unser Flüstern, Denken wird Gegröle. Nichts kann man vor dem Nachbarn verbergen, man fühlt sich bis aufs Denken beobachtet, als wenn man es laut herausschreien würde. Und wie still in dick verschlossener Höhle, ganz unangerührt und ungeschaut, steht ein jeder fern und fühlt alleine. Auch hier bekommt die Zusammenstellung der Aussagen ihren Reiz durch den Gegensatz, der fast paradox erscheint. Man ist schutzlos der unerwünschten Teilnahme des Mitmenschen am eigenen Leben ausgeliefert, denn die Wände sind so dünn wie Haut. Eine erwünschte Teilnahme am eigenen Leben dringt aber nicht durch. In dieser Hinsicht fühlt man sich allein wie in dick verschlossener Höhle, als wenn Wände von vielen Metern Fels um einen wären. Und die Wände sind so dünn. Vielen Dank. Vielen Dank.